hi leute ja hier eine kleine ankündigung für euch die ehrlich gesagt ein bisschen plötzlich kommt aber naja und zwar werde ich mit youtube videos aufhören und zwar weil ich eine eigene kaufschule bekomme und zwar im fernsehen ja allerdings auf rtl aber ich habe mir gedacht besser so als gar nicht und jeder hat ja irgendwie mal klein angefangen ja auf jeden fall werden noch ein paar koch videos kommen also ich habe ja welche vorgedreht die werden auf jeden fall noch hochladen und die werden noch erscheinen und auch noch ein paar von ditlind und vielleicht mache ich mit ditlind auch noch weiter also dass sie ihr kraut und küche noch ein bisschen weiter macht und das wird dann noch weiterhin erscheinen aber ich denke mal mit den koch videos wird das jetzt bei youtube erst mal vorbei sein da das von der zeit dann einfach nicht mehr so wirklich passen wird ja vielleicht werde ich ja noch mal in einem blog genauer erzählen wie das dazu gekommen ist und so weiter ja bis dahin könnt ihr vielleicht schon mal in die video beschreibung gucken da habe ich noch ein paar infos dazu geschrieben und ansonsten